Mein Name ist Rainer Forst und wie die Qualität dieser Aufnahme erahnen lässt, habe ich bei der normativen Ordnung keine Rolle, die mit irgendwas Digitalem zu tun hat, sondern ich bin Professor für politische Theorie und für Philosophie und darf zugleich Co-Sprecher dieses Verbundes sein. Was ich da so treibe in den normativen Ordnungen? Ich beschäftige mich mit Grundbegriffen der politischen Philosophie, auch der Moralphilosophie und dabei hilft mir eine klassische Vorstellung, nämlich die, dass Menschen rechtfertigende Wesen sind. Sie sind nicht nur sprechende Wesen, sie sind vernunftbegabte Wesen und all die Praktiken, in denen sie sich wiederfinden, sind Praktiken der Rechtfertigung. Also gehe ich das A bis Z der praktischen Philosophie durch, von A wie Autonomie bis Z wie Zusammenhalt und versuche, innerhalb einer systematischen Gesamtschau diese Begriffe zu erklären. Autonomie heißt dann, das eigene Handeln an guten Gründen, an gerechtfertigten Gründen auszurichten. Und je nach Kontext kann das etwas Unterschiedliches bedeuten. Moralische Autonomie heißt, sich an moralischen Gründen zu orientieren. Ethische Autonomie heißt, sich an geprüften Antworten auf die Frage des guten Lebens zu orientieren und so weiter. Und Z etwa Zusammenhalt. Zusammenhalt ist die Qualität eines sozialen Zusammenlebens, wesentlich abhängig von den Einstellungen einzelner zueinander. Und der so oft geforderte Gemeinsinn ergibt sich dann, wenn die Rechtfertigungen, die dieses Zusammenleben tragen, geteilt sind und in diesem Zusammenleben wirksam sind. Der Begriff der normativen Ordnung ist für mich besonders interessant deshalb, weil ich mich frage, was macht eine normative Ordnung eigentlich zu einer normativen Ordnung? Und auch hier hilft mir der Begriff der Rechtfertigung, nämlich so, dass eine Rechtfertigungsordnung nur entsteht, stabil sein kann, beziehungsweise sich reproduzieren kann, wenn sie Institutionen enthält, Praktiken, in denen die Rechtfertigungen, die diese Institutionen tragen, die die Praxis des Zusammenlebens prägen, nicht nur geteilt, sondern auch thematisiert werden können, wenn diese Ordnungen offen sind für Kritik. Der Begriff der Rechtfertigung ist dabei doppelt zu lesen. Einerseits habe ich viel in dem Verbund gelernt darüber, was es heißt, Rechtfertigungen empirisch zu betrachten als die Rechtfertigungen, die tatsächlich in den Köpfen der Einzelnen, in den gesellschaftlichen Diskursen wirksam sind, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und andererseits erlaubt dem Philosophen die normative Dimension des Rechtfertigungsbegriffs, nach guten Gründen zu fragen und nach den Institutionen und Prozessen, die gute Gründe hervorbringen. Ich beschäftige mich schon etwas länger mit Krisen der Demokratie und die Krise, die wir derzeit erleben. Nun, ob sie eine der Demokratie ist oder erst mal nur, so scheint es mir, eine Krise in der Demokratie, wird man noch sehen. Wir befinden uns ja in einem Zwischenstadium, wo die gesundheitlichen Fragen, die mit der Pandemie zusammenhängen, immer noch relevant sind, aber viele andere Fragen, insbesondere der Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden und die noch schlimmer werden wird, beschäftigen uns. Für mich ist relevant, ob sich in dieser Zeit bestimmte Verständnisse dessen, was Demokratie heißt, was Freiheit heißt, verschieben. Ob sich bestimmte Probleme unseres Verständnisses von Demokratie, Freiheit, Solidarität in dieser Krise zeigen. Und hier würde ich sagen, wenn man über das Verhältnis von Freiheit und Demokratie nachdenkt, gibt es eine gewisse Tendenz, die man kritisch betrachten sollte, nämlich das Freiheitsverständnis verkürzt zu sehen und damit auch das Demokratieverständnis. Als hätte irgendein Vaterstaat oder Mutterstaat uns bestimmte Freiheiten genommen oder wieder vielleicht an sich genommen, wie in einem Hausarrest für Kinder, auch eine etwas ältere Praxis gibt es, glaube ich, heute nicht mehr, hoffentlich zumindest, und würde nun nach und nach Stück für Stück diese Freiheiten zurückgeben. Was dabei vergessen wird, verloren geht, ist, dass in einer Demokratie die Freiheit, die wir ausüben, immer die Freiheit ist, die wir legitimerweise, gerechtfertigterweise kollektiv ausüben können. Und wenn deshalb unser Verhalten eine Gefahr für andere darstellt, dann haben wir legitimerweise die Freiheit nicht, uns auf diese gefährdende Weise zu verhalten. Andersrum ist es auch Ausdruck unserer Freiheit, kollektiv, also politisch und demokratisch zu befinden, dass bestimmte Freiheitsbeschränkungen temporär angemessen sein können. Und die hohe Zustimmungsrate zu den Maßnahmen, die im März getroffen wurden, zeigen das auch. Auch wenn das primär im Modus exekutiver Anordnungen geschehen ist. Denn Exekutiven sind in einer Demokratie keine Mini-Monarchen oder Mini-Königinnen, sondern genauso demokratisch rechtfertigungspflichtig wie Gesetzgeber. Also gibt es ein gewisses absolutistisches Missverständnis in Bezug auf das, was in den letzten Monaten der Fall war. Was darüber hinaus problematisch zu sehen ist, ist ein nationalistisches Missverständnis in Bezug auf die Effektivität von Politik. Die Pandemie hat Grenzen wieder hochgezogen, wo eigentlich einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit notwendig gewesen wäre. Und ja, der Nationalstaat ist als relativ effizienter Akteur hervorgetreten. Aber wir müssen gleichzeitig sehen, dass die Bewältigung dieser Krise nicht im nationalen Rahmen geleistet werden kann. Weder ökonomisch noch in vielen anderen Hinsichten von der internationalen Kooperationen in Bezug auf die Abwendung möglicher Pandemien, was man also daraus lernen sollte für die Zukunft, ganz abgesehen. Jede Krise erzeugt eine gewisse Paradoxie. Denn einerseits sieht man, was alles zu verändern ist in dieser Krise. Und andererseits wollen viele so schnell wie möglich raus, mit guten Gründen. Und dieses Rausgehen verändert, reduziert den Raum möglicher und grundlegender Veränderungen wieder. Insofern ist das als Paradox der Krise anzusehen. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Ein Begriff, über den ich schon etwas länger nachdenke, ist der der Macht. Wie entsteht Macht? Wie funktioniert Macht? Wie vergrößert sie sich? Wie reproduziert sie sich? Viele verstehen unter dem Begriff etwas Negatives, Einengendes, Freiheit Reduzierendes. Das ist aber nicht notwendig der Fall. Denn demokratische Macht oder die Macht, Bedingungen zu verändern, soziale Situationen zu verbessern, ist natürlich auch eine Form der Macht. Worauf es mir besonders ankommt, ist zu verstehen, wie Macht sich eigentlich bildet. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, das, was wir gegenwärtig durchleben, dieses große soziale Experiment, ein recht gutes Beispiel. Was führt eigentlich dazu, dass ein Staat, der bis vor kurzem noch als marktkonform kritisiert wurde und sich teilweise auch selbst so dargestellt hat, dass der plötzlich fast alle oder eigentlich alle Institutionen umpolt und in Bezug auf die Abwehr eines Virus und die entsprechenden negativen Folgen, die damit verbunden sind, dass alle Institutionen fast von heute auf morgen umgestellt werden. Ist das, weil dieser Staat uns dazu zwingt? Naja, Zwang spielt da schon auch eine gewisse Rolle. Das alles ginge aber nicht. Wenn nicht die Gründe dafür, weshalb man das tun sollte, weshalb das getan wird, kommuniziert und vor allem akzeptiert würden. Das heißt also, der eigentliche Raum, in dem Machtverhältnisse zu analysieren sind, in dem sich abspielt, wie Macht funktioniert, ist der Raum der Rechtfertigungen. Wer diesen Raum besetzen kann, der oder die verfügen über Macht. Diese Krise bringt einige Phänomene mit sich, die überraschend sind und einige, die weniger überraschend sind. Überraschend ist nicht nur, in welch kurzer Zeit eine ganze Gesellschaft sich auf ein bestimmtes Ziel einstellt, was mit sehr hohen Kosten verbunden ist, aber eben getan wird, um andere noch höhere Kosten zu vermeiden. Dies ist überraschend. Nicht nur, wie es innerhalb eines Landes geschieht, sondern global gesehen fast überall, wo Staaten die entsprechenden Möglichkeiten haben, darauf zu reagieren. Bei allen Unterschieden, die zwischen einzelnen Ländern bestehen, war dies eine überraschende Erfahrung für viele von uns. Weniger überraschend ist, dass diejenigen, die besonders leidtragend sind, sowohl was das Virus angeht, wie auch was die Kosten, die negativen Folgen der Maßnahmen angeht, diejenigen sind, die strukturell zu Gruppen gehören, die in der Gesellschaft zu den Schlechtergestellten gehören. Also nicht nur kranke Menschen, ärmere Menschen, sondern auch solche, die über wenig Ressourcen verfügen, sei es Bildungsmöglichkeiten. Das fängt schon dort an, wo der Schulausfall kompensiert werden muss und viele Eltern überfordert sind und natürlich besonders dort, wo Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiteten, die jetzt wegfallen oder Existenzen, die jetzt gefährdet sind. Also dies ist keine überraschende Folge dieser Krise, aber eine, die uns noch lange beschäftigen wird und die über demokratische, gerechte und solidarische Politik uns etwas lehren sollte. Ja, vielen Dank, liebe Nicole, für diese Frage. Die EU, oha. Also bedauerlich ist, dass zu Beginn der Krise die EU keine große Rolle spielte bei der Koordination der entsprechenden Maßnahmen, die alle auf nationalem Gebiet erfolgten. Dann gab es auch nationale Rivalitäten, etwa als es um Masken und vielleicht irgendwann auch wieder um Impfstoffe gehen wird. Wir werden sehen. Das dann, als es um die Finanzierung von Eurobonds oder Wiederaufbau vor uns ging, alte Gräben zwischen nordeuropäischen und südeuropäischen Ländern aufgebrochen sind. Ist nicht minder, vielleicht noch mehr bedauerlich. Ob der Merkel-Macron-Plan einen Hamilton-Moment, wie Olaf Scholz meint, mit sich bringt. Ob neuere Entwicklungen, insbesondere die Energie der Kommission, dazu führen werden, dass nun europäische Antworten auf die Pandemie auf die Pandemie gefunden werden. Ja, das wüsste ich auch gern. Halten wir es mit Gramsci. Der Optimismus des Willens ist eine Sache. Hoffen wir, dass es gelingt. Und der Pessimismus der Realität ist eine andere. Hier ist noch einiges zu tun. Ja, liebe Frau Fay, Sie sind Ethnologin und die Ethnologie soll unseren Blick weiten, wenn es geht über das Eurozentrische hinaus. Also meine Frage, wie wird die Pandemie, das was mit ihr zusammenhängt, das was erforderlich ist, um sie zu bewältigen. In den Ländern gesehen, mit denen sie sich beschäftigen, also insbesondere Ostafrika, Indischer Ozean. Das interessiert mich, wenn man überhaupt die Frage so allgemein stellen kann, wenn es dort überwiegende Perspektiven gibt und wenn man markante Differenzen feststellen kann. Ja. 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 Ja.